Die ganze Geschichte darzulegen. Anyhow, having gone that far, we can now say that falling in love is a nyam. Nachdem wir aber so weit gekommen sind, können wir jetzt festhalten, dass es ein nyam ist, sich zu verlieben. Having said that, I'd now like to take you to a bookshop in Walnut Grove, California. Nachdem ich das gesagt habe, nehme ich euch jetzt mit in ein Buchgeschäft in Walnut Grove, California. I was sitting there about to give a talk, not on this subject, but on another subject, and they sat me next to a bookcase on wheels. Ich war dort und habe mich also darauf vorbereitet, Belehrungen zu geben, nicht über dieses Thema, sondern was anderes. Und ich wurde gesetzt, neben so ein Regal auf Rollen. The fact, this is completely irrelevant, of course. Das ist vollkommen irrelevant. On this thing were the latest books on a particular subject, and that was its purpose, and the subject was relationship. Auf diesem rollenden Regal waren eben Bücher über das Thema, das gerade im Vordergrund stand, und dieses Thema war Beziehungen. And as I arrived early, I had nothing better to do, so I pulled out books and I looked at them. Und weil ich etwas zu früh da war, hatte ich nichts Besseres zu tun, und habe also begonnen, Bücher rauszunehmen und sie ein bisschen durchzublättern. If I was a proper Buddhist, I would have meditated, but no. Wenn ich ein ordentlicher Buddhist wäre, hätte ich meditiert, aber nein. Diese Bücher waren sehr deprimierend, diese Bücher waren sehr deprimierend. Oder sie haben mich nicht deprimiert, ich fühlte plötzlich sehr sorry für die Menschen. Oder genauer gesagt, haben sie mich nicht deprimiert, aber ich habe begonnen, also, und ich habe begonnen, sehr, oder ich habe mit diesen Leuten gefühlt, die diese Bücher lesen wurden. Alle diese Bücher haben ungefähr dasselbe gesagt, aber ich erinnere mich speziell an ein Zitat, das sehr treffend war. Das war, sich zu verlieben, ist ein ziemlich harmloser, ein pathologischer Zustand, aber ein harmloser. Und wenn dieser Zustand endet, beginnt die Beziehungsarbeit. Ich habe gedacht, aha, das sind also die neuesten Erkenntnisse zu diesem Thema, da kann ich mir gleich die Kugel geben. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir über dieses Thema noch nie gelehrt. Zumindest nicht in einem öffentlichen Rahmen. Und diese Erfahrung hat mich auf die Gedanken gebracht, dass wir zu dem Thema was sagen sollten. Weil wenn das alles ist, was die Leute aus Büchern lernen, dann ist das sehr deprimierend. Es ist mir jetzt wichtig festzuhalten, dass diese Bücher in vielen Punkten auch Recht hatten. Und es war nicht nur falsch, was da wünscht dann. Es ist einfach nicht die ganze Geschichte. Leute werden tatsächlich von anderen Menschen angezogen, die ihnen in ihren Neurosen ähneln. Es gibt einen englischen Dichter, an dessen Namen ich jetzt leider nicht erinnern kann, ich werde es nachschauen. Aber ich erinnere mich an die ersten Zeilen aus einem Gedicht von ihm. Und die heißen, also, deine Mama und dein Papa, die bringen dich so richtig in die Scheiße. Sie wollen es zwar nicht, aber sie tun es. Und oft, wenn man ein Paar kennt, dass eine besonders schwierige Beziehung hat, dann erkennt man, dass die beide von einem Seelen sind. Sie wollen in einem sehr schwierigen Hintergrund wieder selber kommen. Ich möchte jetzt also eben sagen, dass das seine Richtigkeit hat. Wir haben das alles auch schon erlebt und gesehen. Wir haben Beziehungen gesehen, da würd's euch die Fußnägel aufrollen. Was aber immer gleichzeitig auch passiert, ist das Niam der Romance, der ist auch da. In diesen schwierigen Beziehungen. Also beide Dinge stimmen und sie passieren gleichzeitig. Jetzt gibt's diese psychologische Denkrichtung, die uns sagt, wir müssen mit unserer Neurose umgehen. Auch da würde ich nicht widersprechen. Für die meisten Leute ist es tatsächlich das, was ansteht, was zu tun ist. Aber wenn man aber ein Tantriker ist und als solcher wirst du einen Lehrer haben, dann kann man als ernstzunehmender Tantriker, der also auch seine Praxis ernst nimmt, hier diesen Teil überspringen. Psychologen regen sich manchmal auf, wenn ich das sage. Ich entschuldige mich im Voraus, aber ich ziehe meine Bemerkung nicht zurück. Das war die Musik. Vielen Dank.